Fragen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum heutigen Reformationstag hier in den neuen Bundesländern. Und damit schauen wir auch an diesem Feiertag wieder auf ein paar interessante Charts, interessante Möglichkeiten. Wir haben heute Reformationstag. Der DAX hat gestern schon mit ein bisschen Reformation angefangen. Wir gucken gerade mal auf die schöne Wendekorrektur oder Wendeformation, wie wir hier gesehen haben, was sich so ein bisschen leicht auch angekündigt hat, was dann aber gestern tatsächlich mal in die Tat auch umgesetzt worden ist. Allen Live-Zuschauen hier auch. Guten Morgen, Alexander, Fernando. Einen schönen Start in den Tag wünsche ich allen. Bevor wir in die Handelsideen hineinschehen, schauen noch die Bitte von mir. Wenn jemand eine Frage hat oder einen Wunschmarkt an dieser Stelle analysieren lassen möchte, dann bitte direkt hier im Facebook, im Chat das Kürzel rein und dann können wir direkt auch in den entsprechenden Chart hineinschauen. Als nächstes kommt der Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. All das, was wir hier machen, sind klassische Ideen, Veranschaulichungsmuster. Das heißt, keine Handelsempfehlung. Wenn Sie mit CFDs und Forex Markets handeln, dann bitte machen Sie sich auch bewusst, wie das Ganze funktioniert. Wenn Sie das noch nicht genau wissen, dann lassen Sie sich entsprechend beraten, damit Sie hier genau wissen, wie diese Instrumente für Ihr Portfolio auch angewendet werden können. Ja, damit rein in die heutigen Tagesnachrichten. Ich sehe gerade, jetzt kommen noch ein paar mehr mit rein. Alex, auch da einen schönen guten Morgen. Britisches Fund, japanisches Yen. Ja, Fernando, gucke ich gerne mal mit drauf. Das schauen wir uns direkt dann auch live hier mit an. Was gibt es am heutigen Handelstag zu berichten? Die wichtigsten Nachrichten hier wie immer auf einen Blick. Um 11 Uhr gibt es den Verbraucherpreisindex hier bei uns. Dann um 13.15 Uhr aus den USA das Thema ADP-Beschäftigungsänderungen im Monat Oktober. Und um 15.30 Uhr deutscher Zeit. Das hängt noch mit der Wintersommerzeit zusammen. Da gibt es die Rohöl-Lagerbestände. Die kommen ja sonst immer um 16.30 Uhr, aber die USA ist noch in der alten Zeit. Das heißt, die haben noch nicht umgestellt. Die stellen erst am Wochenende um. Deswegen hier heute eine Stunde früher. Der US-Handel beginnt ja auch um 14.30 Uhr deutscher Zeit aktuell. Ja, was gab es oder gibt es heute im Laufe des Tages noch? Es gibt ja aus der Eurozone noch das Thema Arbeitslosenquote, was wir hier haben. Es gibt um 14.45 Uhr in den USA den Chicago-Einkaufsmanager-Index. Das sind mal die wichtigsten Nachrichten hier an dieser Stelle, wo wir einfach mal gespannt sein können, was die Märkte an dieser Stelle auch bewegt. Und damit gehe ich dann gleich rüber. Verlieren wir hier gar nicht so viel Zeit mit der Vorrede, mit dem Blick in die Nachrichten, sondern gehen gleich mal in die Charts hinein. Ich habe hier den DAX offen. Das interessiert ja viele, viele, die hier immer zuschauen. Und ich hatte ja gerade auch gesagt, wir hatten das Thema schon vor kurzem besprochen, wenn wir uns den DAX mal anschauen. Es gab ja im DAX durchaus die Situation, dass wir hier unten so eine leichte Bodenbildung hatten, hier in diesem Bereich, wo der Markt aber noch nicht so richtig hoch wollte. Aber er wollte dort auch nicht mehr runter. Ähnliches, ähnliches hat man auch schon hier oben gesehen. Und das, ja, da gibt sich so ein Feld, wo wir immer mal wieder Aufwärtsbewegung sehen konnten. Also ich kann Ihnen das mal zeigen, wir hatten das ja hier in diesem Sinne, hier an diesen Stellen hatten wir sowas auch. Dann hatten wir so ein bisschen Getingel hier auch in diesem Bereich, wo sich so über die Zeit Wendestrukturen ausgearbeitet haben, wo man einfach drauf warten musste, ja, geht es nun hoch oder geht es nicht hoch? Und das ist das, was, ich hatte das ja auch schon in einem der edukativen Webinare gesagt, was die Anleger bzw. Investoren hier in diesem Bereich immer wieder nervös macht. Ludger, auch dir einen schönen guten Morgen, freue mich, dich wieder hier dabei zu haben. Das sind so die Sachen, die die Anleger so, die ein bisschen unerfahren oder nicht so geduldig sind, die die regelmäßig irgendwie zum Handeln zwingen wollen. Aber wenn wir drauf warten, was der Markt macht und uns das zeigt, dann sehen wir etwas Schönes. Und diese Wendeformation, die brauchen wir halt. Ich hatte das ja schon gesehen bzw. auch schon mal avisiert, auch im Zusammenhang mit dem DAX hier im Stundenschart. Schaut mal, was wir haben. Gestern haben wir das Ganze auch besprochen. Elena, ich sehe dich hier. Guten Morgen von meiner Seite. Auch nach Zypern. So, also hier, guckt mal. Wir hatten hier oben die Neckline. Da hatten wir ja gestern im Endeffekt schon drüber gesprochen. Das ist die Neckline gewesen. So, dann haben wir hier im Markt entsprechend hier die Schulterkopf-Schulter-Formation gehabt. Das muss ich jetzt mal ganz kurz etwas anders farbig gestalten hier. Machen wir das mal blau. So, einmal so, einmal so und dann etwas anders von der Form her. Und wir hatten die Schulterkopf-Schulter-Formation. Das heißt, wir hatten hier die eine Schulter. Dann hatten wir hier entsprechend das Köpfchen. Also einmal hier, so in diesem Bereich. Und dann haben wir jetzt hier entsprechend die Ausformung der Schulter hier in diesem Bereich. Hier oben ist die Nackenlinie. Wenn der Markt dort wirklich drüber schießt, oder was heißt schießt, aber sich da drüber bewegt, dann haben wir wirklich sehr, sehr, sehr gute Karten, dass der Markt diese Wendestruktur wirklich mal aufnimmt und einen gewissen Rebound hinlegt. Und das ist das, was sich jetzt scheinbar hier im Chart auch ausbildet, nach diesem starken, starken Rückgang, den wir die Vorträge gehabt haben und diesen Tingle-Tangle hin und her. Und wenn wir hier drüber laufen, dann haben wir wirklich eine richtig gute Chance, das Ganze hinzukriegen. Und sowas in der Art haben wir ja gestern auch am US-Markt schon geschaut. Wenn wir uns das mal im S&P 500 anschauen, dann haben wir hier entsprechend auch, jetzt muss ich mal ganz kurz in den Tagesschart reingehen, wir haben hier unten so diesen Bereich gehabt, wo der Markt immer wieder hochgeschossen ist. Nicht so flach wie im DAX gewesen, aber wir haben immer wieder Situationen gesehen, wo der Markt wirklich von unten nach oben wollte. Das hat er immer mal probiert, ist wieder hier sogar noch tiefer gelaufen, aber er ging immer wieder hoch. Und gestern war nur so ein Tag, da ging es deutlich nach oben. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, dass sich das Ganze hier an dieser Stelle auch fortsetzt. Das heißt, wenn wir hier uns das Ganze mal in der Stunde auch anschauen, das heißt hier in den kleineren Zeiteinheiten, dann können wir hier entsprechend das auch sehen, dass der Markt hier immer noch, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier das Bild etwas kleiner machen, dass wir hier in diesem Abwärtsschub nach unten sind. Aber wir sehen jetzt hier absolut den Drang nach oben. Und hier ist es genauso, diese Situation hier oben. Da müssen wir drüber. Die 2700, die sind ganz, ganz wichtig. Und wenn der Markt heute die Kraft dazu hat, diese Marke zu nehmen, darüber zu steigen, das wäre ein sehr, sehr schönes Signal, diesen starken Schub von gestern einfach mal fortzusetzen. Und diese Fortsetzung, das wäre dann ein, ja, erst einmal ein Anfang, ein sehr, sehr positives Zeichen, dass doch wieder etwas Zuversicht, etwas Stärke in den Markt reinkommt, um dann nach oben zu laufen, weil eine so starke, so ein starker Schub nach unten, der muss früher oder später auch mal ordentlich korrigiert werden. Irgendwann kommt das, man weiß halt nie wann und von welcher Stelle das losgeht. Aber wir haben hier die Chance, das zu sehen. Wir hatten ja Ähnliches schon hier oben. Jetzt kommt es halt wirklich drauf an. Ist es nur wieder ein Strohfeuer? Das versagt. Wir haben ja hier oben um die Marke, wenn wir die 2700 Punkte durchstreiten, wir haben ja hier oben um die Marke von, ja, hier etwas über 2700 Punkten, schon so einen leichten Widerstand und wenn wir da wirklich drüber gehen, dann haben wir gute Chancen, uns vielleicht ein Stückchen höher zu, ja, etablieren. Und wenn wir mal schauen, der Markt ist ja auch sehr, sehr, sehr tief korrigiert hier unten. Wir haben im Tief die 2600 Punkte Marke hier im Markt schon reingenommen. Das heißt hier, dieses Widerstandslevel, dieses Band hier an dieser Stelle, was aus dem Wochenaufwärtstrand sehr, sehr gut ersichtlich ist, da sind wir reingelaufen. Das ist eine sehr, sehr tiefe Korrektur. Und wenn diese sich jetzt umdreht, dann haben wir wirklich gute Karten, den Rebound zu traden und wieder ein Stückchen weit hoch. Und dann wird es mittelfristig spannend, was kommt. Wir haben in den USA ja auch Wahlen jetzt kommende, das ist ein übernächstes Wochenende, ich glaube am 6. Und da, ja, wie soll ich sagen, da wird einiges entschieden. Mal gucken, wie der Markt sich darauf vorbereitet. Das kann durchaus auch ein paar Vorschusslobe angehen, dass der Markt hier nach oben steigt. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt hier sehr, sehr spannend, auch kurzfristig im S&P 500. Aber die große Chartanalyse machen wir ja wieder am Freitag. Das war jetzt einfach mal live aus aktueller Sicht, weil mir das Thema ein bisschen auf der Seele gebrannt hat. So, und damit gehen wir jetzt mal in die Handelsideen für den heutigen Tag rein. Ich beginne mal mit dem Kandeller Schweizer Franken. Hier wieder auch im Tagesschart. Da gehen wir mal aus der Woche raus. Und der Tagesschart, der zeigt uns wieder ein schönes, schönes Kursmuster. Ich freue mich immer, wenn ich die Kursmuster sehe. Ist ja auch Thema von meinem Vortrag auf der World of Trading, die ich habe. Also alle, die bei der World of Trading da auch sind, Meister der Muster ist da mein Vortrag. Da geht es um wirklich gut funktionierende Handelsmuster in den Charts. Und hier haben wir wieder eines dieser Muster, die immer sehr, sehr interessant zu beobachten sind. Warum sind sie zu beobachten? Weil der Markt uns hier zeigt, was er macht, was er will, wo er hingeht. Das heißt, wir können hier sehr schön die Verhaltensweise der Marktteilnehmer lesen. Und was wir hier entsprechend gerade lesen, ist ein schöner nach oben laufender Aufwärtstrand. Hier diese starke Bewegung hat diesen Abwärtstrand, diesen großen Abwärtstrand definitiv rausgenommen. Die hat ihr hoch bei 0,77197 gefunden. Und jetzt bildet sich hier so ein hervorragendes symmetrisches Dreieck in bullischer Form sozusagen aus. Das heißt, hier aufgrund der Verortung ist das Ganze bullisch. Schiebt der Markt das Teil nach oben. Hier sind wir ja heute schon mal ein Stück weit dran gelaufen. Dann liegen vor uns hier erst einmal die Marken von 0,7679339. Das war ja das Hoch, was wir heute hatten. Das ist hier auch ein Vortageshoch, was schon mal rausgenommen wird. Schafft es der Markt drüber zu laufen? Dann hier die nächsten. Jetzt muss ich aber mal ein bisschen größer zoomen, sonst sehen wir hier am Rand überhaupt nichts nach oben hin. Geht es dann hier entsprechend weiter. Hier haben wir das nächste Tageshoch bei 0,76932. Dann haben wir hier drüben angelegt die 0,77010. Und dann hier kurz vor diesem Bewegungshoch gibt es noch ein Tageshoch bei 0,77117. Also eine Menge Punkte, wo möglicherweise Käufer warten, die unsere Position dann entsprechend aufnehmen können. Das bleibt spannend auf der Oberseite. Das ist das Obersignal nach oben hin. Für diejenigen, die im kurzfristigen Bereich auch aktiv sind und sagen, okay, wenn es jetzt hier nicht zum Bruch nach oben kommt, könnte das Ganze vielleicht noch etwas weiter hin und her gehen. Und sie sagen, ja gut, es könnte ja auch nach unten gehen. Denn die Möglichkeit ist ja gegeben. Ich meine, wir haben ja hier mittlerweile auch untergeordneten Aufwärtstrend. Aber wenn der halt bricht, hier oben nicht drüber geht und Sie nach unten schauen wollen, wir haben hier unten natürlich auch ein paar Anlaufpunkte auf Tagesbasis. Die Tagestiefskurse bei 0,76, 0,69, 0,75, 0,69 und 0,75, 8,41. Hier, Sie sehen es, das sind die entsprechenden Tagestiefs, die ich für Sie mal hier in dem Markt oder in den Chart eingezeichnet habe, die relativ eng beisammen liegen und auch für Bewegung nach unten laufen können. Aber wie schon gesagt, das, was wir hier sehen, ist ein bullisches Muster. Und im Normalfall werden diese Muster nach oben verlassen, wenn der Markt seine grundsätzliche Dynamik wirklich weiter beibehält. So, damit zum nächsten Markt und zwar britisches Pfund, Australdollar. Aber auch hier einmal wieder in den Tagesschat hinein und ja, was soll ich sagen? Hier ist jetzt ein Punkt erreicht, wo man einfach sagen kann, aha, jetzt haben wir hier diesen wichtigen Bereich um die 1,79, 5,21. Das ist ja dieser Schwankungsbereich hier. Wir hatten hier unten noch das Korrekturtief dieses Aufwärtstrends. Da ist der Markt gestern definitiv drunter gerutscht. Das ist erst mal ein Zeichen dafür, dass mit diesem Trend hier irgendwas nicht mehr in Ordnung ist. Und jetzt kommt es halt darauf an, was der Markt macht. Wir sehen heute leichte Kursanstiege. Das könnte zu einem kurzen Rücksetzer führen. Wenn der wirklich stark nach oben läuft, dieser Rücksetzer, dann stehen hier oben mal zwei Tageshochs bei 1,81, 3,89 und 1,81, 5,76 nach oben hin als Anlaufpunkte. Man muss mal sehen, ob dieser starke Schub von gestern wirklich so weit korrigiert wird. Aber ein Rebound ist hier durchaus drin. Wir laufen hier auch schon ein bisschen rein. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir hier uns in diesem Bereich der 1,79, hier diesen 5,21, diesen Bereich, den ich hier in blau markiert habe, dass wir uns da so ein bisschen aufhalten. Also das heißt, kommt ein stärkerer Rebound durchaus hier diese beiden Tageshochs in Anlaufposition dargegeben. Aber wenn es so kommt, wie es sich derzeit anschickt, dass der Markt doch etwas tiefer laufen möchte, dann haben wir hier die Tiefs aus diesem laufenden Aufwärtstrend, also ehemals laufenden Aufwärtstrend als Anlaufpunkte. Das heißt, wir sind dann einmal hier in diesem Bereich um die 1,77, 9,14. Hier unten haben wir das Tief bei 1,72, 8,51 und wir können hier auf dem Weg nach unten natürlich noch andere Punkte festmachen. Das heißt, wenn wir uns mal die Korrektortiefs anschauen, hier um die Marke von 1,75 und hier unten um die Marke von 1,74, 0,87. Da liegen Marken, wo wir durchaus ranlaufen können. Hier gibt es nichts zwischendrin, da muss man sich einfach mal auch gucken, ob man in den kleineren Zeiteinheiten etwas sieht. Aber nach unten hin ist hier deutlich Dynamik drin, wenn die Korrektur nach oben nicht kommt. Schauen wir uns das ganze Bild aber mal nach dem Größeren an. Dann sehen wir halt, dass wir uns aktuell einfach nur in einer tiefen Korrektur des entsprechenden Aufwärtstrends auf der Woche befinden. Hier schauen wir mal, hier haben wir schön, das können wir wirklich sehr schön sehen. Hier haben wir schön den Aufwärtstrend in der Woche und der korrigiert nun mal. Und das, ja ich sehe gerade hier, es scheint da auch ein Fibonacci Retracement zu sein bei 61,8. Das heißt, wir laufen hier wirklich auch tief nach unten in den Markt rein. Heißt also, wer das Ganze hier auf Wochenbasis betrachtet, der sieht halt einfach momentan nur die Korrektur fortschreiten. Wir sehen hier den Bewegungstrend, der nach oben lief. Das ist das, was wir auf dem Tag gerade gesehen haben. Der ist nun mal gebrochen, ganz normales Verhalten entsprechend. Und damit wären hier die Verhaltensweisen ganz normal zu lesen. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist einfach der Schub nach unten. Der Bewegungstrend ist jetzt gebrochen. Der Markt kann noch deutlich tiefer korrigieren. Heißt also, die Woche können wir den Tag, der ist jetzt nach unten gerichtet. Retracements können immer wieder vorkommen, aber der Schub geht dort zur Unterseite. Wer sich die Woche anschaut, sieht jetzt eine Korrektur und Umkehrmuster. Die könnten dann natürlich aus der Woche heraus genutzt werden, um dann nach oben zu traden. Aber noch ist es hier nicht so weit. Wir sehen hier noch keinerlei Tendenzen, dass der Markt hier zum Stehen kommt. Aber die aktuelle Situation ist, wie sie ist. Wir sind momentan in dieser Drehlinie drinnen oder um diesen Drehbereich drumherum. Und hier wird sich der Markt früher oder später entscheiden, welche Richtung er angehen möchte. Das heißt, erst einmal einen kurzen Rücksetzer und dann wieder nach unten drehen oder direkt erst einmal noch ein Stückchen weiter gehen und den nächsten Support-Bereich hier um die 1,77914 entsprechend mit anlaufen. Also das bleibt spannend, was der Markt hier an dieser Stelle macht. Auf alle Fälle Bewegung ist ja da und das ist das, was wir Trader an dieser Stelle auch wollen. So, und dann kommen wir mal noch zu einem Index, bevor ich dann auf dem Chart vom, wo haben wir es gehabt, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo er hingelaufen ist, britisches Fund, japanisches Yenkom, gehen wir erstmal noch in den Nikkei. Da bleiben wir ja dann im asiatischen Markt. Das passt ja auch wieder gut zusammen. Also hier jetzt Index, Nikkei rein. Und den Nikkei, den habe ich gestern mal auf Wochenbasis betrachtet. Ach, wir sehen wieder hier wunderbar. Ich liebe das, wie die Märkte laufen und wie gut man einen Markt auch planen kann. Das ist einfach, es ist schön. Es ist einfach so wunderbar. Gucken wir uns das ganze Teil mal ganz kurz in der Woche an. Wir sehen hier im Wochenchart, das habe ich Ihnen jetzt mal eingezeichnet, den schön laufenden Aufwärtstrand. Der schön laufende Aufwärtstrand, ähnlich wie am US-Markt. Da gibt es tatsächlich auch Parallelen. Wir haben hier wunderbar eine tiefe Korrektur. Wir haben hier diese wichtige Marke von 20.800 Punkten in diesem Bereich, wo wir schon hier das ein oder andere Mal reingelaufen sind und dann der Markt wirklich sehr schön dynamisch wieder nach oben getreten. Also jetzt haben wir hier eine sehr, sehr, sehr tiefe Korrektur dieser Bewegung im Wochenchart. Wenn wir mal gucken wollen, wen das Ganze zahlentechnisch interessiert, wenn wir die Bewegung hier mal ausmessen nach oben hin. Wir liegen momentan im Bereich von, ja, wir haben gute 90 Prozent dieser Bewegung korrigiert. Jetzt schiebt der Markt nach oben. Und jetzt sind wir interessanterweise direkt in der Marke, in diesem Bereich, in diesem Widerstandsbereich von 21.900 Punkten. Und das ist sehr, sehr spannend, weil, Sie wissen ja selber, die Widerstand, wenn wir wirklich richtig Dynamik in den Markt reinkommen, dann muss sich der Markt über diesen Widerstand etablieren. Und das ist genau das, was wir momentan sehen. Der Markt läuft in diesen Bereich rein. Gestern diesen sehr, sehr starken Schub nach oben bekommen. Der ein oder andere wird sich jetzt sagen, ah, warum habe ich denn das nicht getradet? Ich sage immer, es ist nicht so schlimm. Das ist ein Tag gewesen, der jetzt gestern mal nach oben gelaufen ist. Und wenn Sie sowas aus dem Kleinen treten wollen, müssen Sie halt direkt wirklich daneben sitzen die ganze Zeit. und diese Umkehr anschauen. Diejenigen, die das aber nebenberuflich machen, für die ist das Ganze überhaupt kein Beinbruch. Warum? Ganz einfach. Wir hatten gestern einen Schub nach oben. So einen Schub nach oben haben wir schon öfter gesehen. Wichtig ist, dass wir eine Bestätigung bekommen. Und das ist das, worauf wir heute schauen. Das habe ich auch im Blog so geschrieben. Wir brauchen die Bestätigung, dass es wirklich hoch geht. Deswegen habe ich hier in die Woche mal geguckt, weil so wie das jetzt aussieht, könnte sich unter Umständen eine gute Wochenumkehrsformation hier bilden. Und wir haben ja nach oben hin genug Platz. Gucken Sie mal, wo wir sind. Wir sind jetzt bei knapp 21.900 Punkten. Wir können auf knapp 24.500 hier oben ansteigen, wenn sich dieser Trend fortsetzen soll. Da ist genug Luft, wo man viele, viele schöne Trades auch machen kann. Von der Seite wichtig, hier oben drüber, dass der Markt nach oben läuft. Unten sind wir jetzt unterstützt. Die hat gehalten, die Unterstützung, wenn sich der Markt hier oben drüber etabliert, über der 21.900. Guckt mal, wir haben hier ein paar Tageshochs auch mit drin liegen. Hier, an dieser Stelle, so extrem weit weg ist es nicht, wenn man die hohe Schwankungsbreite jetzt aktuell sieht. Also hier, bei knapp 22.200 Punkten haben wir eine Marke liegen, wo wir ranlaufen können. Danach kommt hier schon etwas weiter weg von jetzt, aber immer noch im greifbaren Bereich, die 22.465. Das ist einfach jetzt Korrektur. Das heißt, wenn wir das, was wir hier sehen, als Abwärtstrend betrachten, was es ja auch ist, dann ist das, was wir jetzt sehen, eine tiefe Korrektur. Und die Korrektur kann ja bis hier oben hin ohne weiteres laufen. Das heißt, das Potenzial ist da. Und es wird sich jetzt einiges daran entscheiden, was jetzt hier an dieser Stelle passiert. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich uns drüber etablieren und wir schön nach oben laufen und das, was wir in der Stunde sehen, diesen schönen Schub nach oben, wenn sich das Ganze fortsetzt, wir haben den Abwärtstrend in der Stunde ja jetzt gebrochen, der ist tatsächlich finito. Und wir haben jetzt hier in der Stunde einen schönen Aufwärtstrend. Und wenn der sich fortsetzt, der kann auch mal noch ein Stück korrigieren. Wir haben jetzt hier ja Bewegung, Korrektur. Das ist übrigens auch ein sehr, sehr schönes Korrekturmuster. Meister der Muster lässt grüßen. Eine schöne flache, oben laufende Korrektur. Drüber rausgebrochen. Wenn es jetzt korrigiert, kann alles passieren. Völlig normaler Bereich. Und dann den Schub nach oben wieder aufnehmen. Das sind dann die Momente, wo man wirklich den Korrekturhandel betreiben kann und dann nach oben mit traden kann. Anlaufpunkte können wir hier auch im Stundenchart sehen. Wir sehen, wir haben hier, schauen Sie hier, hier, hier an dieser Stelle, hier oben. Wir sehen genug Punkte, wo Käufer nach uns in den Markt kommen können. Also ein Markt, der auch wirklich sehr, sehr interessant an dieser Stelle auch mit ist. Und damit gehe ich mal noch rüber in den japanischen Währungsmarkt. Kurzen Augenblick. Jetzt muss ich hier kurz die Marktübersicht noch öffnen. Und wir hatten britischen Pfund, japanischen Yen als Frage, als Zuschauerfrage. Da schaue ich gerne rein. Wir hatten jetzt öfter mal Zuschauerfragen zum japanischen Yen. Interessant. Ja, was haben wir hier? Wenn wir uns diesen Markt mal anschauen, interessanterweise hier oben ein großes Widerstandslevel. Hier in diesem Bereich. Um die Marke, was haben wir da? 149, 10 in diesem Bereich hier oben. Das hier. Also hier oben haben wir schön den Widerstand. Ich lege einfach mal hier eine Marke rein, dass wir das mal ungefähr so mit drinnen haben. Hier diesen Bereich 149, 2 in etwa. Oben Widerstand. Was haben wir als nächstes? Wir haben als nächstes hier unten auch leicht ersichtlich dieses Tiefbereich, diesen Tiefbereich, den wir hier unten haben. Das heißt, das Tief bei den Werten von, was haben wir hier unten? Ungefähr 145, 5 in etwa. Das war das Tief von diesem letzten Abwärtsschub hier. Dann haben wir hier einen Markt gesehen, der ein Stück weit nach oben gelaufen ist. Das sehen wir jetzt hier. Warte mal, das mache ich mal kurz grün, weil es ja ein Aufwärtsschub ist. So, gut, das passt. Also hier schön den Markt nach oben geschoben. Eine schöne Aufwärtsbewegung, die hier in diesen Widerstandsbereich auch wieder reingelaufen ist und jetzt entsprechend hier rumdreht. Das heißt, hier oben drüber, wir sind sogar über dieses Hoch drüber gelaufen. Also rein technisch, rein Thema Dau-Theorie oder auch Markttechnik, ist erst einmal das Hoch hier rausgenommen worden. Da ist es jetzt natürlich extrem wichtig, was danach kommt. Weil was jetzt danach gekommen ist, sieht erst einmal nicht so sehr bullisch aus, muss ich sagen, weil wir sind entsprechend dann wieder hier runter gelaufen und haben dann einen Abwärtstrend gebildet. Und dieser Abwärtstrend, der ist natürlich momentan auch immer noch aktuell. Das heißt, nehmen wir mal diesen Blick hier rauf. Hier hat man die Korrektur. Dann hat man das Thema Trendentstehung. Und das ganze Teil steht natürlich jetzt weit, weit in seiner Bewegung hier. So, und das heißt hier in diesem Bereich, wenn man das mal sieht, hier, das war dieser Aufwärtsschub, der ist jetzt extrem tief korrigiert. In dieser extrem tiefen Korrektur hat sich ein Abwärtstrend gebildet. Wenn man so will, kann man sagen, hier unten in diesem Bereich, in diesem Tiefbereich liegt ein Support um die Marke von, wir zeigen es gleich mal, oder ich zeige es gleich mal hier unten in diesem Bereich, um die 100, ja, was haben wir hier, 142, 8, 142, 7, irgendwo in diesem Bereich, und hier, das, was wir jetzt hier sehen, dieses leichte Getänsel, da können wir jetzt im Tagesschat schon mal sehen, wir haben erst einmal ansteigende Tiefpunkte, noch keine neuen Hochs. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, wo wir wirklich nach oben laufen können, weil wir haben dieses Tageshoch hier von dieser Abwärtskerze rausgenommen. Diese Abwärtskerze war interessant, weil wir hatten hier einen Intraday Rebound schon gesehen, der wurde noch nicht wieder abverkauft. Und da ist jetzt interessant zu schauen, was passiert denn hier im Stundentrend. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann haben wir hier in der Stunde, jetzt muss ich das mal ganz kurz etwas kleiner machen, wir haben jetzt hier in der Stunde den Markt hier an dieser Stelle. Hier oben, wenn man das mal so sieht, da muss der Markt erst mal drüber, um diesen Abwärtstrend zu brechen. Nichtsdestotrotz können wir vorher schon sehen, was sich hier nach oben ergibt. Das heißt hier, wenn man das mal so sieht, das als Bewegungstrend sieht, das war ja ein kleiner Aufwärtstrend, der läuft jetzt wieder nach unten, der ist das erste Mal gebrochen. Das heißt, wir laufen jetzt wieder in die Richtung nach unten hin. Das heißt hier, dieser Aufwärtsschub gebrochen, Dynamik wieder abwärts gerichtet. Das Tingeln hin und her, das sehen wir hier ganz, ganz klar an dieser Stelle. Und hier kommt es jetzt darauf an, was als nächstes passiert. Wenn wir jetzt hier, sehen wir ja, wir haben erst einmal ein höheres Hoch. Das ist ja auch das, entschuldigen Sie, ein höheres Tief. Das ist auch das, was wir im Tagesschart gesehen haben. Und jetzt, wenn es der Markt schafft, nach oben zu laufen, dann haben wir hier erst mal ein höheres Tief und hier untergeordnet wieder ein höheres Hoch. Und das zeigt uns allerdings etwas Wunsch nach Aufwärtsdynamik. Und wenn dann hier der Markt über diesen Punkt steigt und es schafft, über diese Marke zu laufen, dann haben wir eine vollendete Umkehrstruktur. Und wenn die ihre Bestätigung sucht, das wäre dann der Punkt, wo wir hier im Tagesschart davon ausgehen können, dass der Markt erst einmal wieder ein ganzes Stück weit nach oben laufen kann. Und da können dann die höheren Regionen wieder reinkommen. Dazu braucht es aus meiner Sicht heraus allerdings erst wirklich noch die Bestätigung. Weil momentan, wir haben diesen kleinen Korrekturaufwärtstrend gebrochen. Der ist nach unten gelaufen. Ja, man kann sagen, hier hat sich jetzt untergeordnet wieder ein kleiner Abwärtstrend gebildet. Also hier sehen wir, wie gut die Zusammenflüsse der Trendgrößen sind. Und da ist es jetzt halt wichtig, erstes positives Signal, diesen Abwärtstrend hier brechen. Dann hier oben drüber wieder laufen, das heißt hier ein höheres Hochgestalten und dann da oben drüber laufen. Das wäre die Dynamik nach oben hin. Sehen wir das nicht, sehen wir hier einen Markt, der vor diesem Punkt hier oben rumdreht, hier an dieser Stelle. Und dann den Weg wieder nach unten aufnimmt. Das ist dann wiederum ein Schwächezeichen. Wenn wir hier drunter laufen, haben wir dann die Bildung dieses Abwärtstrends. Dann sind wir allerdings wieder im Support. Aber wenn wir dann diesen Support unterschreiten, das wäre dann Wegdynamik zur Unterseite hin. Und da kommen dann entsprechend ganz andere Kursmarken im Tagesschart hier mit ins Spiel. Das heißt, da laufen wir dann definitiv hier Richtung dieser Tiefs hier unten. Das heißt, dieser Marken, die wir hier unten haben, dieses Korrekturtiefs. Jetzt gucken wir nochmal genau, wo es ist. 142,6 in etwa. Da unten drunter. Und wenn das Teil dann wirklich rausgenommen wird, dann ist der Weg runden nach unten hin frei. Das heißt, dann ordnen wir uns wieder in diese abwärtsgerichtete Dynamik ein. Und das wäre dann das bärische Bild. Das heißt, die Trendfortsetzung hier in dem Währungspaar Yen-britisches Fund. Das heißt, das wäre genau das Bild, was wir hier in der Woche aktuell auch sehen. Schub nach unten. Und was dann kommt unter dieser Marke hier, können wir in der Woche auch sehr, sehr schön sehen. Deshalb gucke ich auch gerne mal in die größeren Zeiteinheiten. Weil wer das Geld über die großen Zeiteinheiten verdienen möchte, braucht ruhigere Läufe. Und das kann man auch sehr, sehr schön machen. Das heißt, hier an dieser Stelle haben wir dann unten wieder ein paar Tiefschlägen, die wir dann im Sinne dieses Gesamtbildes schön anlaufen können. Das dauert natürlich ein wenig Zeit. Das ist ganz klar. Aber es sind auf alle Fälle Dinge, die wir hier aus den Charts heraus auch lesen können. So, ich hoffe, es hat soweit gepasst. Die Fragen sind auch gut beantwortet. Wurden weitere Fragen sehe ich jetzt hier im Chat auf Facebook nicht. An der Stelle möchte ich mich wieder für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich habe mich auch über die Kunden- oder Zuschauerfrage hier entsprechend auch gefreut. Und ja, wir lesen und sehen und hören morgen wieder voneinander. Da hat der andere Teil von Deutschlandfeiertag allen, die heute frei haben, einen schönen, entspannten Tag. Und dann sehen wir uns natürlich morgen um die gleiche Zeit wieder. Ich freue mich drauf. Allen gute Trades und bis morgen. Machen Sie es gut. Ihr Max Seile.